So, jetzt geht's los. Hey, fuck, jetzt muss ich... Okay, jetzt geht's los. David, äh, David. Basti kann starten. Basti? Ja, mach wohl. Alter, jetzt kannst du mal, man... So, wo ist Lichtstrahl Nummer 2? Ja, ich weiß nicht. Ich seh nichts. Bist du drin? Nein. Ja, ja. Ah, ich werd herumgeschobst. Okay. Ja. Ja. Das ist so scheiße. Okay. Okay. Ich will auch... Kann ich schlagen irgendwie? Das wird recht viel Licht ausmachen. Okay, jetzt geht's los. Ich lauf, ich spiel ohne Licht. Nein, okay. Ich schlag mir den Boden gerade. Ja. Aber ich sollte die Boxen leider machen. Ne, 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 alles ganz normal. Ha, was? Ich würd nicht sprinten. Wieso? Du rennst grad bei mir aufgestellen. Das ist mir jetzt... Du bewegst dich ganz schnell. Ah, hinter uns! Okay, weiter, weiter. Ist es hinter uns? Einfach weitergehen und nichts sagen, Basti. Nein, ich will nicht. Dreh dich ja nicht um. Dann bleib dich stehen. Okay, es ist weg. Hast du es gesehen? Ja, es war so ein roter Punkt. Über deinem scheiß Kopf. Der Punkt, das sind die Augen. Ja, das sind die Augen. Du willst mich verarschen. Komm, geh mal einfach mal den Weg entlang. Ja, droht leuchtende Augen. Ah, warte, warte, okay. Nach rechts. Eindeutig. Ah, nicht nach links. Nicht nach links. Nicht nach links. Alter, pass auf, wenn das friert ist. Das ist doch geil. Ich will nicht. Was ist das für ein riesiger Stein-Teil? Geh jetzt hier durch. Ey, Bernd, du rennst bei mir auf. Ich stelle völlig so. Können wir hier durch? Ja, wir können. Okay, komm, Basti. Sei ein Mann. Da vorne ist Licht. Ja, das ist so ein Band. Da rechts. Da vorne rechts ist eine Notiz. Yay. Dreh dich mal um, Bernd. Nein, ich dreh mich nicht um. Geh nach links. Geh nach links. Nicht nach rechts. Wir dürfen nicht zu lange in eine Richtung. Achtung laufen. Das weiß ich von Slender. Boah. Okay. Achso, dann blitzt er sich vor ein. Denn, ja genau. Und jetzt wieder nach rechts. Vielleicht ich hab gesehen, dass hier auch irgendwo Boote rumstehen oder sowas. So ein Panzer. Panzer? Wir kommen nach rechts. Gibt es hier eine Map oder so? Rennen. Rennen. Hinter uns. Warte. Das ist wirklich so ein Scheiß. Geh nach unsere Lampen. Wo bist du? Ah, Basti. Erh auf mich zu einer. Wo bist du? Ich will es sehen. Ich sehe es dich. Ich kann gleich mal auf mich rumgelaufen. Hä, ich bin gar nicht um dich rumgelaufen. Ne, nicht nicht da rein. Da sind wir gerade raus. Wir müssen jetzt hier weiter in den Wald. Ne, wir sind nicht zu weit. Ich glaube jetzt hier rumgelaufen. Ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ha? Ja, hier am Bäumen. Geil, Alter. Wieder am Bäumen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich schon. Wieso? Weil. Du bist doof. Wieso bin ich hinter dir? Dann schieb dich gerade. Äh. Hi, Basti. Ich bin jetzt hinter dir. Ah, du siehst so groß. Nein, Basti. Das ist gar nicht gut. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ich bin genau hinter dir. Ich weiß genau, was... Basti? 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 Basti, hast du das auch gehört? Oh. Oh, ich kann nicht sprinten. Ist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Siehst du Lichtstrahl? Guck. Ein, aus, ein, aus. Ich mein, andersrum. Aus, ein, aus, ein. Hey, ich hab ne SMS. Nein, ich kann keine SMS jetzt lesen. Basti. Jetzt ist nicht die Zeit SMS zu... Basti. Aus, ein, aus, dunkel, hell. Nein, andersrum. Hell, dunkel. Scheiße, mach an, man. Hey, ich hab noch ne SMS. Es wird viel heller, wenn du das Licht an hast, Alter. Was ist das hier? Basti, ich geh nach links, du gehst nach rechts. Hör auf deine SMSen jetzt zu lesen. Hör auf. Ich hab's freu gehört. Warum ist es auch freu gehört? So ein Nachricht. Was war das? Ah. Ah! Nein, nach rechts, Basti. Wo bist du? Nein, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich kann nicht sprinten. Aha. Ich hab's gesehen. Das ist hässlich. Es hat zwei Augen. Und es ist groß. Und es ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Ich hab noch nie ein Wolf mit zwei Augen gesehen. Nein, nochmal nach rechts. Ich kann nicht rennen. Ich sag nicht rennen und ich kann nicht rennen. Ich glaube nicht rennen und ich will ihn nicht rennen. Ich weiß nicht. Oh! Auf mich zu verarschen, Mann. Alter, du hast da nichts. Er kommt immer so mit dem Baum hängen und so. Da ist nichts. Basti, hör auf, jetzt bleib stehen. Bitte. Basti, bitte. Ich bitte dich. Danke. Da ist eine Notiz nicht. Alter, wir finden nichts. Wir machen keinen Progress hier. Da irgendwie vorne ist ne Straße oder so ist das wieder? Wie schön, als kaltes Minimum runter. Räuft. Räuft, ich rauf dir doch, ja. Mir räuft es in den Rücken runter. Kannst du noch sprinten? Wieso kann ich denn nicht mehr sprinten? Das kannst du voll an. Das ist so behindert. Hey, Bernd, lass mal nur mit WASD spielen. Ja, ich spiel ja nur mit WASD. Ich spiel mit Maus. Ach so, ja, mit... Ich kann doch nicht mal... Ich check's nicht. Egal. Irgendwas mit meiner Steuerung kaputt. Ich weiß jetzt einfach, wie die Reaktion ist, wenn man es dir anguckt, so selten, was neben dir steht. Nein, ich will jetzt, dass ich wissen, wie die Reaktion ist. Da links, rechts von uns... Was? Wo? Wo ist links? Wo ist rechts? Ah! Sammel lieber die Notizen ein. Ich bin hinter dir. Immer noch. Kann man nicht über die Schulter so rübergucken, so wie so bei... Ich weiß ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist es. Wo? Hör auf! Das bin ich! Verarsch mich nicht. Hier, komm. Hier ist was Großes. Hier, das muss gut sein. Was ist hier? Was ist das? Was? Ah, nee, das sind wieder diese Kackfelsen. Da waren wir schon. Es ist weg. Es ist weg. Ah! Oh Gott! Alter, ich hab da oben durch die Beine gespürt. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Ja, Mann! Das ist nicht cool. Nein, nicht laufen. Nicht weg. Lauf. Ich kann nicht laufen. Nicht auf ne SMS. Nein, nicht SMS. Ich SMS. Ich geh rechts lang. Ich geh auch rechts. Na, da war's grad! Ah, es hat aufgeblitzt. Es hat aufgeblitzt. Es ist gerade genau vor dir aufgeblitzt. Ja, siehst du mich noch? Ja, ja, ich seh dich. Bist du weit weg? Ah, jetzt stellen sich grad alle Haare auf. Ah, er hat schon wieder geblitzt. Ah, ich hasse es. Ich kann mir eine andere Richtung nehmen. Ich mag die Richtung nicht. Ey, es ist weg. Gar nicht. Es ist weg. Okay. Lass die nicht laufen. Lass die nicht laufen. Ich sag dir, wenn du bestürfst, dann renne ich aber. Ja, das ist mir egal. Kann ich dir da irgendwie zugucken, wenn ich sterbe? Kann ich dir da zugucken, wenn ich sterbe? Irgendwie so. Ja, genau. Komm, zeig YouTube, wie gut du bist. Hey, der Mann, wie kommt das jetzt schon hoch? Hey, guck dir die geilen Graphics an hier. Ey, guck dir mal echt diese geilen Grafik hier an, diese mit dem Gras, wie das so hart kommt. Guck mal, ich laufe jetzt hier einmal gerade durch, ne? Nein, das tust du nicht. Nein, das tust du nicht. Ich stehe jetzt SMS. Ja, Basti, ich stehe jetzt wieder hinter dir. Und ich laufe weiter. Du kannst nicht so schnell eine SMS schalten, das glaube ich dir nicht. Geh mal nach links, komm. Achso. Basti, 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 wo bist du? Basti, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm, hinter, dreh dich um, dreh dich um. Nein, falsch, rechts, 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 ja, geradeaus. Ja, links, links, jetzt hier. Komm, hier, laufe in die Richtung. Ich hab's gesehen. Oh Gott, da laufe in die Richtung. Nein, Basti, hör auf, wegzulaufen von mir. Da nennt sich die Antwort. Hey, da riecht das Licht. Ey, da vorne ist irgendwas. Wo? Wo rechts, was? Wo ist Licht, sag mal. Siehst du mich noch? Ja, ich seh dich. Jetzt hab ich zwar das Licht ausgemacht, aber ich seh dich. Wir gehen zu die Berge. Zu die Berge. Hey, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da-da-da-da-da-da-da-da. Du siehst kack aus. Gehen wir hier lang. Das ist ein Schlag. Basti, komm, wir gehen hier lang. Ein Rabe, ich hab ein Rabe gehört. Ja, Basti. Okay, hau raus, die Sau. Lass raun. Sowas peinliches. Nie wieder. Und richtig schön Spritzpunkt. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Komm, wir gehen hier die Straße entlang. Komm. Basti, mach das Licht an. Wo bist du? Alter, es ist hinter mir. Ich kann mich sprinten. Ja, der steht direkt hinter dir. Der Berge, dreht dich um. Der Berge, dreht dich um. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich hab's gesehen. Ich seh es. Ich kann nicht sprinten. Es ist immer noch da. Basti, wo bist du? Es ist ein Dämon übrigens. Alter. Ich kann nicht sprinten. Alter, bin ich nicht mehr damit gesprungen. Ich dachte, du bist jetzt toll. Oh, ich will. Was ist denn jetzt passiert? Das Vieh hat nur Rauch gemacht. Nein, das hat gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, was ich anderes schreibe. So wie man da hinten spricht. Hey, macht euch über uns lustig hier. Wir strengen euch echt an hier. Alter. Es ist eine prima Show. Muss ich zu dir. Langsam wird's uncool. Wer bist du? Ich hab keine Ahnung. Komm zu den Hügeln. Wir treffen uns bei den Bergen. Ja, genau. Aber ich schlapp das Viehchen mit an, okay? Ist mir egal. Die Hauptsache, wir sehen uns wieder. Ja, okay. Dann siehst du mich und mein Haustier. Nee, ich sprint lieber nicht an, sonst geht das schief. Alter, es steht die ganze Zeit neben. Ja, das tötet mich irgendwie nicht. Ja, du musst es angucken. Die Stenderman. Nee, irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber... Ich muss dran glauben, ehrlich, wenn das die neben mir steht. Basti, wo bist du? Ich laufe hier die ganze Zeit die Berge entlang. Ach, du bist bei den Bergen? Ja. Ja, ich bin auf dem Weg. Soll ich sprinten? Jo, bitte. Alter! Oh, Mann, das Vieh ist so... Hä, aber... Weißt du, was behindert ist? Ich komm nicht mehr weg von dem Vieh. Ja, logisch, ne? Es hat nur dich. Ich geh jetzt in die Mitte rein. Alter, ich hatte gerade die Feststellfunktion von meinen scheißen Tassen. Jetzt durch irgendeinen Eingang in die Mitte rein. Nein, ja, okay, bleib dann in der Mitte. Bleib dann da. Weißt du, was das cool ist? Ich schau's nicht an. Ich laufe immer durch... Das Vieh durch. So, mit drin. Welchen Eingang? Ah, ich seh dich! Da kommt was. Ja! Da kommt was. Basti, guck mal. Guck in meine Richtung. Komm. Das ist schon die ganze Zeit so. Basti, komm her. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mal das Vieh an. Du kannst wenigstens sprinten. Ich nicht. Da, guck. Schon wieder. Schon wieder da. Hi. Hi, wie geht's dir? Hey, wo bist du? Ey, Kumpel. Alter, ich hatte gerade Angst. Warte noch mal. Das ist so sinnlos. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach nur die zu suchen. Ich will nicht, du den Leibniz. Oh, yeah. I got this. Es passiert nichts, wenn ich ihm die Anrufe. Es passiert nichts. Guck, ich kann zu ihm hingehen. Es ist einfach weg. Basti, wo bist du? Basti, wo bist du? Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ich hab mich getötet. Also, mich kannst du nicht töten, irgendwie. Ich schaue ihm gerade mitten. Es mag mich nicht. Wie geil ist das denn mit? Hallo. 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 Ja, hallo. Ja, ich kann wieder sprinten. Wie cool. Jetzt riecht sie dich um. Ja, und jetzt? Geh mal hin. Hä? Wie dumm das ist. Das reagiert auch immer nur, wenn ich gucke. Das Spiel ist voll komisch. Jetzt riecht ich um. Huh. Wo? Ich hab's gesehen. Ja, ich auch. Guckst du gerade durch meine Perspektive oder so? Ja, jetzt ist es wieder vor mir. Ist klar. Hallo, ich bin in seinem Maul gestrickt. Ja, und wenn es halt neben dir steht, dann bin ich tot. Ja, ich... Es stand gerade neben dir. Ich kann mal, haben Sie changed oder wie so? Es gibt noch mehrere da rechts. Ja, ich hab's gesehen. Hi. Alter, guck das nochmal an. Das ist übrigens den Schwanz vorne, ne? Hä? Na ja. Vor dem Penis. Alter, irgendwie wird das fette Ding. Da freut sich Alex. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gefunden. WTF. Kannst du da hochgehen? Ich versuch's. Hier läuft eiskalt durch die Leiter durch. Das Vieh steht drin. Du hast es eingesperrt, Beeren. Ey, du Mist, ich geh weg jetzt. Ich will meine Notiz. Da ist sie. Ey. Sind wir noch da? Hi. Tschüss. Hi. Tschüss. Jo. Du hast ja Reaktion wie so ein toter Hamster, Alter. Mich sich auch noch nicht mal. Ey, Alter, jetzt hör auf, dich vor, mich zu teleportieren. No one can slow me down, I know. Hallo. Ich hab irgendwie keine Angst mehr vor dem. Ja, wie soll man da auch Angst haben? Das rikannt ja nichts. So, und jetzt lies ich erstmal diese beknackten Nachrichten, was ihr da schreibt. Lies mal vor. Yoshi lebt sie noch, ja. Aber ich trau mich nicht zu sagen. Auch nicht. Aber ihre Stimmen, wenn sie schreien, sind zu hoch und das ist so lustig. Das ist... LOL, guck mal, was hier... Ach, schade. Jetzt hat sie gerade durch den Baum durchgeleuchtet. XD. Todesschweil. Ein Wolf mit zwei Augen. Ist das die Tat? Ja, ich weiß. Allein, Yoshi? Nein, ich hab zu viel Angst. Tschüss. Alter, Yoshi, da kann man nicht mal sterben. Er ist tot. Nein, ich bin tot übrigens. Oder doch nicht. Dramatische Wendung. Ich geh jetzt die ganze Zeit diesen. Wie soll sie aus dieser Lage herauskommen? Wenn sie sich wieder treffen und zusammen campen können? Bam, bam, da. Bam, bam, da. Alter, jetzt hat es mich aber erschreckt. Hörst du auf? So kam es, diese dramatische Wendung, was sie opfert, sich um Bernds Leben zu retten. Doch wird Bernd allein überleben können. Wird er es schaffen, die Wunder zu entkommen. Man weiß es nicht. Wenn ihr es wissen wollt, schaltet die nächste Folge ein. Ne, passt ihr jetzt noch? Ich bin Peppe. No, der ist tot. No, der ist tot. No, der ist tot. No, der ist tot.